Wir haben eine der wichtigsten Erfindungen des Computerzeitalters gemacht. In welchem Jahr war das? 1994. Und wann hat Google Google Earth präsentiert? 2005. Wie können Terravision und Google Earth so absolut identisch sein? Alles begann in den 90er Jahren in Berlin. Ist das ein Algorithmus? Ja. Ich weiß, wie es geht. Wenn ich in einer Sache wirklich gut war, dann am Programmieren. Stell dir mal vor, man könnte jetzt aus dem Weltraum, an jedem beliebigen Ort der Welt, dann ist das eine Revolution. Ihr Projekt gefällt uns? Herzlichen Glückwunsch. Danke. Noch nie hat irgendjemand so etwas versucht. Haben Sie ein Team, das so ein Projekt entwickeln könnte? Ich bin dabei. Alle wollten plötzlich über Terravision berichten. Wow. Google wird changing the world. Hier wird die Welt verändert, nicht in Berlin. Der kopiert uns. Was hast du dem erzählt, Juri? Ohne Terravision wäre Google Earth nicht möglich gewesen. Wir haben recht. Und Google hat unrecht. Wir haben zwei deutsche Hackern, die gegen eine große amerikanische Firma gehen. Wir wollten mit den Computern das Leben zum Besseren verändern. Erinnere dich. Das hat was bedeutet. Wir haben den Blick auf die Welt für immer verändert. Nur unsere Geschichte kennt kein Mensch. Aber das werden wir jetzt ändern. Aber das werden wir jetzt ändern. Donner hat es own. Wir falou bei der Welt. Ja, das ist ja, wir hören der Head. Und wir kommen bei dieser Welt an. Erst mal. Untertitelung des ZDF, 2020